Au! Es gibt eine Erkenntnis, die hat in meinem Leben eingeschlagen wie eine Bombe. Der Satz einer lieben Freundin, den sie immer und immer wieder sagt. Und der, als sie ihn das erste Mal zu mir gesagt hat, war wie eine Watsche ins Gesicht. Hi, mein Name ist Mike Hager und ich bin Autor und Geldexperte und der Satz, den ich meine, ist, wenn man ihn das erste Mal hört, richtig hart. Der geht richtig auf die Zwölf. Zwischen die Augen und alles in einem Selbststreit. Das kann doch nicht stimmen, das kann man doch so nicht sagen. Und ich sage ihn trotzdem. Der Satz lautet, jeder ist, wo er ist, weil er ist, wie er ist. Ich wiederhole den Satz nochmal. Jeder ist, wo er ist, weil er ist, wie er ist. Und ich betone das S auch extra deswegen so, weil sie es dadurch so schön sagen lässt. Das hat die Freundin damals zu mir gesagt, als ich mal wieder rumgejammert habe, dass das doof ist und jenes Kacke und überhaupt alles blöd. Und meine ganze Situation ist ja total schrecklich. Und sie halt nur ganz trocken. Na ja, Mike, jeder ist, wo er ist, weil er ist, wie er ist. Bäm. Okay. Also bin ich da, wo ich bin, weil ich bin, wie ich bin. Ernsthaft? Krass. Und wenn du dir diesen Satz mal genauer anschaust, dann, wie gesagt, dann hast du vielleicht diesen ersten Effekt, der sagt, Ja, das kann man doch nicht sagen. Da gibt es doch Menschen, die können doch gar nichts dafür, dass sie da sind, wo sie sind. Ja, verstehe ich. Aber dann lass mal diese Menschen außen vor und schau dir einfach nur dich und mich mal an. Und jetzt schau mal, wenn wir so jammern, so wie ich das auch oft in meinem Leben gemacht habe, und wir uns beklagen, wo wir in unserem Leben sind, und dass das ja so schlimm ist, wo wir gerade sind und wie es uns geht. Und geh dann da mal rein und frag dich, Hm, hat eigentlich nicht vielleicht alles, was ich gemacht habe oder auch jetzt noch mache, genau dazu geführt, dass ich da bin, wo ich jetzt bin? Und hat nicht alles in unserem Leben dazu geführt, dass wir da sind, wo wir sind, weil wir sind, wie wir sind? Also bei mir war das wirklich sehr magisch, als ich diesen Satz dann mal in voller Eigenverantwortung in mein Leben reingelassen habe. und ich mir gedacht habe, hey, du brauchst niemanden in deinem Leben für irgendwas die Schuld geben. Nicht der Gesellschaft, nicht deinen Eltern, nicht deinen Geschwistern, nicht deinem Chef, nicht deinen Kollegen. Nein, du bist da, wo du bist, weil du bist, wie du bist. Und es ist echt so krass. Dieser Satz, den haut es mir teilweise zwei, drei, fünf, zehnmal am Tag um die Ohren bei mir selber, weil ich mir denke, ja, das ist doch jetzt total kacke. Und dann denke ich mir, Moment, Moment, Mike, jeder ist, wo er ist, weil er ist, wie er ist. Und du hast dich jetzt schon da selbst hingebracht, wo du gerade bist, ne, Mike? Aber das Gute ist, wenn du dich selbst da hingebracht hast, wo du bist, dann kannst du dich ja auch selbst wieder da rausholen, wo du bist. Der Satz ist ein bisschen wie das E in meiner Fabelstrategie. Es sind fünf Sätze und das E steht für E. Es wird mit dir gemacht, was du mit dir machen lässt. Wem du die Schuld gibst, gibst du die Macht. Jeder ist, wo er ist, weil er ist, wie er ist. Und ich möchte dich bitten, versuch mal diesen Satz aufzunehmen. Versuch ihn mit positiver Energie aufzuladen und schau in deinem Leben, wo bist du gerade. Und dann stülp mal den Satz drüber und sag, okay, ich bin da, wo ich bin, weil ich bin, wie ich bin. Und dann sag, na gut, wie kann ich mich denn dann ändern, weil ich möchte ja woanders hin. Du hast immer einen Ist-Zustand und einen Soll-Zustand. Und wenn dir der Ist-Zustand nicht gefällt, dann versuch vom Ist-Zustand zum Soll-Zustand hinzukommen. Nur der Mensch, der du bist, hat dich ja dahin gebracht, wo du bist, also zum Ist-Zustand. Also frag dich einfach, welche Art Mensch muss ich werden, um dahin zu kommen, wo ich hin will und entwickle dich zu dieser Art Mensch. Denn dann gilt das Gleiche. Wenn du dann dort bist bei deinem Ziel, dann bist du auch dort, weil du bist, wie du bist, weil du dich verändert hast. Und deswegen, wahrscheinlich geht es dir wie mir. Du wirst diesen Satz unter Umständen in deinem Leben nie wieder vergessen. Und der wird dir vielleicht an jedem Tag mehrere Male einfallen. Jeder ist, wo er ist, weil er ist, wie er ist. Können wir einen Rap draus machen. Uns, uns, uns. Jeder ist, wo er ist, weil er ist, wie er ist. Yo, Bro. Und denk dran, er gilt auch für die guten Sachen. Also feier dich auch dafür, für die Erfolge in deinem Leben und sag, ja, ich bin, wo ich bin, weil ich bin, wie ich bin und weil ich gut so bin, wie ich bin. Das geht nämlich auch mit diesem Satz einher. Der Satz ist ein sehr, sehr positiver Satz auf der anderen Seite. Also, einer meiner Lieblingssätze in Mike's Mindset-Minuten. Jeder ist, wo er ist, weil er ist, wie er ist. Aber was ist denn Mike's Mindset-Minuten? Mike's Mindset-Minuten ist ein E-Book, das ich geschrieben habe. 39,5 universelle Erfolgsgesetze für dein geiles Leben. Wenn es mit diesem Satz jetzt bei dir Klick gemacht hat, dann schau dir doch in meinem E-Book auch die anderen Lebensweisheiten an. Ich garantiere dir, da steckt noch der eine oder andere echt große Aha-Effekt für dich drin. Klick einfach auf den Button und hol dir das E-Book. Du bringst mit diesem Wissen dein Mindset auf Vordermann und damit am Ende auch dein Leben. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich ein wenig neugierig machen konnte. Und wenn du dir jetzt denkst, ach cool, das hole ich mir. Und dein Leben sieht in wenigen Wochen bedeutend positiver aus als jetzt. Dann sei dir einer Sache sicher. Der Grund dafür ist, jeder ist, wo er ist, weil er ist, wie er ist.